Ich bin gar nicht in der Sende-Mittualität. Das trifft sich gut für dieses Video. Zack. Warte, jetzt muss ich nochmal neu. Okay. 3, 2, 1, send it! 2, 1, send it! 2, 1, send it! 3, 2, send it! 3, 2, send it! Noch besser? I got the only back to the floor. Ah! Oh! Ah! Oh! Letzter Sprung, Finale von Send It. Ich mache hier den Dive Front Prezi drüber als Schmankerl Lunar Eclipse Double Cork. Passt? Ich probiere es. Die Kamera hast du angemacht vorhin? Ja, die Kamera läuft. Die Kamera hier drüben läuft. Okay, dann mache ich das jetzt. Okay. Max, warte mal, der Max zerruft gerade an. Ich kann das und ich will es. Du Helm, Hey, wie sieht es aus mit Send It? Ja, wir sind gerade am Filmen. Okay? Hey, wie sieht es aus mit Send It? Ja, wir sind gerade am Filmen. Okay? Hey, wie sieht es aus mit Send It? Ja, wir sind gerade am Filmen. Okay? Nein, wir müssen dir was per Post schicken. Send It. Warte mal. Warte mal. Ist das denn doof? Wow. Hallo? Hallo? Ja, wir sind gerade am Filmen. behind Send It, you never wanted more clips of huge jumps, you just wanted some mail. What better time than now, after we finished the first half of the Road to Stora Awards, we started a parkour show, reinvented the mad science, put back together lost teammates, dinged a lot of bells and many more, all of that in the first half of the year. We'd say that's already worth some awards, p.s., there might even be subtitles by now.